Ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin unterwegs. Eine Sekunde. Was hast du alles dabei? Die Basics. Das hat ein guter Crafter immer dabei. Das ist wie sein Pausenbrot. Das sind nicht die Basics, Alter. Ich bin gleich da. Eventuell, da trinke ich. Ja, du hast selbst Schuld. Okay, ich bin da. Yo, Bro, ich bin da. Wo muss ich hin? Ich konnte eine Elytra... So geil, du hast hier ein Haus und dann gehst du rein und dann fällst du. Hä? Ich habe die Elytra angemacht. Ist das dumm. Das hat mich die ganze Zeit schon abgefuckt. Das hat mich die ganze Zeit schon abgefuckt. Die hat die ganze Zeit schon im Wasser nicht gezogen. Wo ist denn dein Haus? Wo ist denn dein Haus, Max? Direkt im Zentrum. Hier, die wo wir gerade waren. Dieses Bambus. Mit dieses Bambus-Haus? Komm rein. Komm ruhig rein. Komm schon mal rein. Ich will bei der Inneneinrichtung was ganz besonderes einfallen lassen. Scheiße. Ist das schlecht. Mann, Digga, ich war Level 24. Das ist halt krass. Ich habe aber keinen Charme bekommen. Aber war doch mal ein richtiger Rumpseimer gegen das Dach, ne? Ja, da hat es einmal vielleicht Rumpse gemacht. Da hast du recht. Hat es vielleicht mal Rumpse gemacht. Okay, wo kriege ich Kaktusse her? Ich brauche Kaktusse. Ich finde mein Haus so geil. Ich schwöre. Trimax, nichts nehmen. Ey, wo sind eigentlich... Ey, Mann. Wie geht es denn hier? Die Frage ist, ob ich mal irgendwie mir angewöhnen sollte, einfach früher zu schlucken. Aber ich finde es halt... Ich finde es halt auch ein bisschen keine Disgusting, wenn ich so noch so... So... Wenn ich... Guck mal. Ich finde, ich kann erst schlucken, sobald ich keine Konturen mehr im Mund schmecke. Hat er gar nicht gespielt. Warum sage ich eigentlich GG, Digga? Ernst. Das ist echt frech. Ich dachte, Rule Talk jetzt... Unter Kollegen macht man sowas halt nicht, Digga. Wenn du halt siehst, er macht sein eigenes... Sein eigenes Event hier. Das ist die erste Runde, weißt du. Und dann steht er halt da auf dem Eis, ohne Hose, Bro. Was machst du? In Lava setzen, auskrippen? Selbst als Content Creator? Was ist das für eine Scheiße? Jetzt mal ernst. Also das ist ja wirklich auch echt peinlich einfach, ne? Woher soll er wissen? Erstmal, das Song ist ja richtig geil. Feier ich. Ähm... Zweitens, Bro, ist das mein Event? Du gehst doch auch nicht auf irgendeine Geburtstagsfeier von irgendjemanden und lässt sich da abfeiern wie so ein Opfer. Digga, das... Das macht man nicht. Ja, ja, aber die Fresse da hinten. Äh, was hat... Schöner Name. Sehr schöner Name. Sehr schöner Name, Edith. Danke schön. Nein, ich steppe wieder... Aufgab... Was? Wie spielst du Minecraft? Night Session haben und dann wird das auf jeden Fall eine geile Geschichte. Ich hoffe, es geht euch ein, zwei jetzt sehr gut. Und, ähm... Er denkt die ganze Zeit, dass ich ihn noch im Stream zeige. Eigt mich! Zeigt mich! Ja! Er denkt die ganze Zeit, dass ich ihn noch im Stream zeige. Los! Eigt mich! Zeigt mich! Ja! Ja, wir werden mit Kevin heute wieder was machen. Ich freu mich sehr darauf. Ich freu mich sehr darauf. Leute, wir werden aber... Bruder, der Typ stand vor einer Werkbank. Soll ich träumen, dass er grad... Ich weiß ja nicht, was er grad macht. Bruder, was soll das denn? Digga, der Typ soll auch für mich zu haten? Digga, er stand vor einer Werkbank. Dann craftet er für mich. Hä? Das ist krass, dass er mich so beleidigt für so ein Scheißspiel, Digga. Ey, das macht mich so sauer, Digga. Und nur, weil er mich grad so hatet, kommen Leute rüber. Das kann nicht sein, Bruder. Bruder, und wenn ich jetzt den Chat schreibe, ich werde permanent geworden, wahrscheinlich. Ey, mich fuckt sowas so ab, Digga. Macht dir nichts draus, aber es fuckt so ab. Digga, das mit Revi hat mich schon abgefuckt. Jetzt kommt wichtiger, der sagt, ich wäre ein Kollege. Bruder, er hat mich nicht mal auch zu seinem fucking Mario Party-Wert eingeladen. Was für ein Kollege. Digga, jetzt hat der... Ähm... Ah. Ah! 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 Also, das ist halt Quatsch, ne. Die Kisten, Brachtung. Tschüüüüüü. Oh, Watzen, that's to go, wichtig. Digga. Oh mein Gott. Alter. He does some damage, but Dude, come on, man I don't know, hopefully I can do some damage I don't want him to drop See what it loots back here Half diamond on the ground Prat 2 as well, I can make a Prat 3 piece I'm going to go, guys, I don't want to go, I don't know I'm going to wait for them to get a Lumini It's okay Thank you All right All right I go, by the way ich bin der Wurst, der kann man nur sagen Bro, du kannst da mit Wither spawnen Das wäre aber ein ziemlich hässlicher Wither, man Hey, 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 hey Naja, lass doch mal einen rauskommen Okay, watch this, watch this, watch this Ah, okay. Ich bin schon wieder auf dem Weekend.